servus christian herzlich willkommen im minecraft mit mir dem volleys schön dass wir mit dabei bist du schaust was so sache ist und unser twettel ist fertig ich war eine zeit lang nicht am platz und hab den mal einfach weiterarbeiten lassen der hat da wunderschön bis unten hingegraben da unten ist auch wunderschön lava das stört den twettel nicht so was also der kann da durchgraben und das hat er gefunden denn dummerweise ist da nur kein obsidian dabei egal wir nehmen mal alles mit was hier so dass wir mal da keine ahnung mit mir nehmen alles so mit was so so einigermaßen nach was brauchbar ausschaut und den rest lassen wir erstmal hier gute arbeit mr turtle und wir gehen wieder zurück aber ein paar andere sache zu tun das hätte ich gehofft er holt mir hier ein bisschen dings raus weißt schon aber nee hat er nicht wie schade so dann nehmen wir als erstes das nickel rein silber iron lead weiß nicht ob er bauxit verarbeiten kann monazid weiß ich auch nicht wir können sie mal reinschmeißen gucken was damit passiert genau so ein diamanten da fehlt uns dann auch noch fürs glücklich sein noch ein ganzer aber das ist auch erstmal nicht so schlimm so dass da rein das da rein das sammeln wir hier genau das sammeln wir auch hier und die hier sammeln wir auch da und die hier auch ich habe hier noch so ein blödes schwert das könnte ich mal in die lava schmeißen ich weiß ich wechsle gerade hin und her da hätte ich auch früher tragen können ja ich weiß ich weiß so pass auf nachdem wir jetzt hier so eine schöne große grube haben ich könnte eigentlich mal leitern runter machen drunter laufen das wäre noch eine idee hopp und tschüss leitern leitern warte mal ganz kurz wo ist es denn wo ist es denn hier turtle programm ich habe doch was was leitern machen kann wir können das mal ausprobieren mal schnell hier ein kopiert also brauchen aber leitern dafür moment erst mal paste bin get dieses hier als leiter leiter ne so vielen dank sonst ja mal leitern runter bauen von 70 auf 0 brauchen wir ja mal so 70 leitern oder sowas sind ja gleich gebaut das heißt wir brauchen mal ein bisschen ich brauche schon mal eine baumfarmen ich mache hier immer holz weg und so haben wir doch so viel holz hier und tralala hopp nehmen wir mal ins deck davon und schau mal wie viel leitern wir hier rauskriegen so baut man eine leiter 27 ok also deutlich hab ich sagte ich brauche ungefähr 70 davon super noch mal ein paar 39 alter aber was mache ich denn nee so geht es nicht kommt wir machen es noch mal neu mal Mali, Mali, Leiter malen. So, 39. 64. Da fehlen noch welche. Weil dann könnte man nämlich eins machen. Da runter gehen und ein bisschen Wasser runterschütten noch. So. Eine noch, oder? Ja, passt schon. So, jetzt das. Das habe ich nämlich noch nie ausprobiert. So, mal wieder was testen. Wahrscheinlich geht man gleich die ganze Welt wieder flöten. Kennen wir ja schon. Wolle macht irgendwas und testet es nicht vorher. Ja. So toll, ne? Manchmal. So, pass mal auf. Du kriegst jetzt hier die Leitern rein. Die Leitern. Wir nehmen hier nochmal ein bisschen Kohle. Schmeiß mal, ups, die Kohle hier noch rein. Sagen. Refuel, glaube ich, heißt es. Refuel, genau. Refuel. Hat er gemacht. Den Rest lassen wir mal und dann sagen wir mal Leitern und gucken, was passiert. Das Programm will place Letters straight down on the block it's facing. Oh, it's facing. Äh. Shit. Steuerung C. Nein, Steuerung T war das, glaube ich hier. Nein. Alt T? Alt T. Alt T. Nee, komm, komm, mach doch. Geh doch weg. Lass mich doch in Ruhe. Hier, hallo. Play, please fail in bottom right. Was machen wir seit dahin? So, hier. Alter Schwede. Place Letters in the top left. Hier. Hier. Also ein Fillerblock, falls wir einen brauchen sollten. Hier. Alter, das ist doch schon wieder alles nervig. Please place all letters and fillerblocks in the hole. Letters must be in the first slot, but the rest doesn't matter. Okay. Okay. Hab's gemacht. Und nun? Ah. Ah, du bist doch ein selten dämliches Teil. Warum macht es ja da die Blöcke hin? Ja, wichtig ist ja, mach hier mal die Leiter runter. Haha, sehr gut. Das heißt, ich hole mal schnell einen Eimer mit Wasser. Eimer. Ich hab einen Eimer, ich hab einen Eimer. Der ist wahrscheinlich da oben drin, oder? Ich hatte mal einen Eimer. Ach, ja. Und es regnet. Ich leg mich mal kurz hin. Ist doch die easiest way to get to Obsidian, oder so ähnlich. Werdest mal wieder auf zum Regnen, bitte. Werdest mal auf zum Regnen, das ist doch... Danke. Einmal bin ich gespannt, ob das funktioniert, was ich da vorhabe. Eigentlich wollte ich was anders machen. Aber eigentlich brauche ich auch Obsidian. Und dann machen wir halt mal sowas. Warum nicht? So, inzwischen sollte der Turtle unten angekommen sein, hoffe ich. Na, da hat jetzt keinen hingengemacht. Das ist... Ah, das läuft irgendwie alles nicht so, wie es laufen soll. So, Wasser. Wir haben keine stehende Lava da unten, aber es macht nichts. Wir holen es mal. Wir machen da mal ein bisschen Dings draus, ne? Doch, doch, doch. Das schaut gut aus. So. Wasser. Dann gehen wir da mal runter. Kommt der Turtle eigentlich wieder hoch, oder? Bleibt es hier da unten? Er kommt wieder hoch. Aber du hast eine Leiter vergessen, du Blödel. Sehr, sehr merkwürdig. Aber das ist egal, da nehmen wir eine mit und das schaffen wir selber, würde ich mal behaupten. So. Guckst du. Dann lass es doch mal hier runter gehen. Juii. So, jetzt kommen wir gleich dahin, wo die Leiter fehlt. Eigentlich hätte er... Ach so machst du das. Du bist ja... Nein! Ah, da war noch Wasser. Mei, hab ich ein Glück, dass das noch nicht... Puh. Alter. Das hätte es aber schwer böse ausgehen können, ne? So, wir machen erstmal hier unsere Leitern fertig. Er ist so ein Hirsch. So ein Depper da. Siehst du mal, dass die Programme alle nicht so tun, wie sie sollen. Aber egal, wir kommen hier hoch. Und setzen hier mal und hier mal. Bleib mal da. Vielleicht sollt ihr auch die Leiter in die Hand nehmen. Also, die kann ich jetzt hier nicht abbauen, weil die hier da ist, ne? So. Bleib doch mal. Bleib doch mal so stehen. Danke. Leiter. Leiter. Super. Ah, da haben wir Obsidianen. Schau. Ein bisschen ein... Den bauen wir jetzt mit der Hand ab. Mit... Was versuche ich denn hier Obsidianen abzubauen? Da ist wahrscheinlich Lava drunter, oder? Ja. Ist es. Machen wir es doch mal so. Und hier ist wahrscheinlich auch Lava drunter. Ja. Jetzt nicht mehr. Das ist nur die Frage. Ich hoffe, ich gebe mir die hier nicht flöten. Wenn ich die jetzt abbaue. Oder ich habe keine Pickaxe mit Obsidianen. Schwierig. Muss mir einer helfen. Der kann kein Obsidianen abbauen. Diese Picke. Das ist natürlich doof. So habe ich mir das jetzt wieder alles gar nicht vorgestellt. Wenn ich ehrlich bin. Nein. Das hätte ja besser. Und warum macht der die Blöcke da nebendran? Das ist doch so ein Aff. Naja, was soll's. Wahrscheinlich habe ich die Turtle einfach falsch spaziert. Und das ist das Problem. Komm mal mit Turtling. Okay, da liegst du auch gut. Ich brauche jetzt noch eine Kiste für dich. Könnte auch ohne gehen. Wir schauen. Wir probieren's mal. Wir probieren's mal. Soll doch der mal für uns so schnell abbauen, da unten. Und dann... Haben wir Obsidianen. Das ist aber wahrscheinlich nicht genug, ne? So, pass mal auf Turtle-Dinger. Ich setze dich jetzt mal... ...da hin. Du sitzt richtig rum. Dann sag ich jetzt wieder Quori. Klein geschrieben. Bitte. Klein- und Großschreibung ist hier sehr wichtig. Machen wir 10. Und Abmarsch. Ne, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Mach hinne. So, nachdem wir hier keine stehende Lava haben. Wir probieren's trotzdem mal. Ne, ist keine. Alter! Ach, da haben wir auch Obsi. Schau, schau, schau. Sehr gut. Gut, die ist weg. Da hätten wir auch Obsi. Ich hätte gar nicht 10 machen müssen. Ich weiß schon, ich hätte hier... Ach, jetzt hat er mir meine Leitern abgebaut. Aha! Das ist ja netter, ne? So. Derweil könnte ich mir hier schon mal... Alter! Ich hätte mir die ganze Lava beseitigen. Das bringt so nichts, was ich da vorhabe, ne? Ich weiß. Ich müsste den... Flock... da so reinsetzen. Da. So, bitte weg mit der Lava. Danke. Wo ist denn mein Turtle? Ach, da ist noch mehr. Ach, da hinten ist er. Ey, bleib mal da. Gib mir mal ein paar Steine. Danke. So, hier kann ich ja wunderbar arbeiten. Da ist er ja schon durch. Wenn ich jetzt hier... Ach so, ich habe ja kein... Ja, 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 ja. Ich muss den jetzt da reinlassen. Kommst du mal? Du kannst eigentlich... Du bist eigentlich fertig. Komm. Nee, kriegen nicht. Der muss das jetzt auch noch alles abbauen hier. Das ist natürlich schwierig. Au! Ja, Entschuldigung. Ich bin im Weg gestanden. Die Lava kommt nicht bis zu mir her. Da sind noch zwei Obsidian-Blöcke. Das reicht aber nicht. Und das ist alles sich bewegendes Zeug. Vier haben wir. Die Leitern klauen wir ihm das auch wieder. Hopp. So, fertig. Ah, gut, dass ich es im Cloud habe, gell? Hm, hm. Pass mal auf. Jetzt muss ich nur noch schauen, dass ich das hinkriege einigermaßen. Klonk, klonk. So. Ah! Das hatte ich jetzt erwartet. Ich bin doch... Ah. So. Held. So ein Held manchmal. Ich. Klonk, klonk. Gut. Machen wir auch mal hin. Zap. Du da, kommst mal bitte mit mir mit. Und wir hatten das hier mit der Lava, okay. Da komm ich nicht ran. Das ist blöd jetzt. Das ist sau blöd. So, ich mach hier mal ein bisschen zu. So, da haben wir zweimal. So, das kriegen wir doch auch noch hin, oder? Also die zwei holen wir jetzt noch mit. Und da müssen wir mal schauen, wie wir den Rest hinkriegen. Wart mal. Ich hab da eine Idee. Ich hab da eine Idee. Wir gehen da mal ein bisschen weiter rein. Die muss doch irgendwann mal aufhören zum Fließen, diese Lava, oder? Na da, ist doch auch eine, die nicht fließt. Wie schön. Oh, und Diamanten. Wie schön. Die nehm ich doch mal gleich mit hier. Okay. Wasser. Die Diamanten muss ich mitnehmen. Da hab ich ja jetzt wieder Glück gehabt. Wasser. 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 Oh. Wasser. Yay. Machen wir das noch schnell weg? Ja, ja. Psch, psch. Wir sagen hier mal schnell Wasser. Sehr gut. Ah, es ist aber dunkel geworden hier. Moment. Moment. Wir haben Fackeln. So, weil es ein bisschen heller wird. So. Pass mal auf. Ja. Ich möchte meinen Turtle vernünftig ansetzen können. Das war jetzt ungeschickt. Das hab ich meinen... Okay, ist wurscht. Ist egal. Der backert zwei nach vorne. Soll er machen. So, dann setzt man hier unseren Turtle hin. Da am besten. So, du kommst ja auch wieder her. Da ist er blöd. Weil da haben wir ja auch noch was. So, dann setzen wir den mal. Da an. Ich geh mal auf hier mit der Lava-Rumpfließerei. Und sagen 1, 2, 3, 4. Erstmal. 4. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 7. 9, 9, 9, Abmarsch. Und? Du brauchst Futter. An dicke wie Block. Achso. So. Habe ich mich da um 1 verzählt mit der 4? Macht nichts. So, derweil gehen wir mal hier hin. Und bauen hier zu. Und hier bauen wir auch zu. So. Heiligsblechle. Auf der Suche nach Obsidian. So kann man auch Obsidian machen. So, dann machen wir mal hier einen hin. Und hier einen. Und dann machen wir hier mal zu. Okay. Passt schon. Und jetzt hat das ganze Zeug durch die Gegend gespuckt. Und wir haben 18 Obsidianen. Das reicht uns doch erstmal. So, hör mal auf rumzufließen hier bitte. Das reicht uns doch erstmal. So, guter Turtle. Wir haben 18 Obsidianen. Das heißt, wir können in der nächsten Folge. In den Nähter gehen. Und mal gucken, was das da erwartet. War jetzt lustig. Also ich fand es gerade lustig. Da sieht man mal, für was man so Turtles eigentlich alles brauchen kann. Also ich selber hätte es wahrscheinlich ohne tot zu werden nicht geschafft hier. Ein einziger komplette Leiter nach unten zu bringen. Gut, der Erdblock daneben ist ein bisschen blöd. Ich hätte ihn anders hinstellen müssen. Das war mein Problem. Ich hätte den nämlich so hinstellen müssen, dass der gleich die Leiter da anbringt. Aber hey. Ist doch egal. So, wir gehen jetzt erstmal heim. Wusch. Wusch. Na, oder ist der ähnlich? Gut. Dann war es jetzt auch schon wieder mit der Folge. Wahnsinn, hey. Nichts gemacht. Doch. Gaudi gehabt. Ist nicht so, dass wir nichts gemacht hätten. Wir haben immerhin hier ein paar Diamanten gefunden. Diamonds. Jawohl. Die Schere mal weg. Kappelstorn mal da rein. Die Treppen weg. So, noch ein bisschen aufräumen. Den Turtle tun wir auch mal da hin. Die Leitern brauche ich jetzt hier auch gerade nicht. Das Holz da rein. In der nächsten Folge müssen wir mal anfangen, was Vernünftiges zu machen. Ich habe gar keinen Bock, was Vernünftiges zu machen. Das ist mein Problem gerade. Ja, es ist tatsächlich so, ich hätte viel mehr Lust, irgendwie Blödsinn zu machen. Vielleicht machen wir nächste Folge auch ein bisschen Blödsinn. In der Form, dass wir mal ein Netaportal bauen und mal gucken, wie es da ausschaut. Ja, könnte man eigentlich machen, oder? Mal schauen. Mal schauen, was mir einfällt für die nächste Folge. Ich hoffe, es hat dir auf jeden Fall gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn du beim nächsten Mal mit dabei bist. Und dann schauen wir mal, was wir treiben. Und bis dahin wünsche ich dir nur das Beste. Mach's gut, gell? Ciao, ciao und servus.